Vom Glasrohling zum Produkt. Wir suchen dich als Azubi bei uns. Glas für moderne Fassadenkonstruktionen, Wintergärten oder Vitrinen. Es ist immer Flachglas, das durch verschiedene Bearbeitungsmethoden die gewünschten Eigenschaften erhält. Als Flachglas-Technologe erlernst du die verschiedenen Methoden und Verfahren, um aus dem Basisglas ein Produkt nach Kundenwünschen herzustellen. Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich jetzt unter www.glastrosch.com